Hahahaha Creeper Creeper Junge Der hat mich jetzt nicht gesehen, oder? Junge Creeper Ich weiß nicht, ob der mich gesehen hat Wo ist denn? Junge Wo ist der Creeper Scheiße, jetzt komm ich nicht mehr raus Nein Ah, okay Wo sollten wir denn unsere... Grüne Creeper Füße Ich hab die Stinker gefunden Ach, das stinkt hier so Geh weg! Nein! Stinke Füße ist explodiert Aha Dir oder ohne dir Ich bin der Beste in Forge ever Du willst der allerbeste sein Keiner vor mir war Digimon Hahahaha Genau Ja, Digimon, alter Eh klar Digimon, alter Muss ich noch was sagen? Magst du Digimon? Ja Ich auch, Digimon ist cool Aber anderweitig Ich hab die... Ich hab irgendwie die Spiele auch gemocht früher Was haltest du von dem Spielen? Hast du mal so Spiele gespielt? Ja Was hast du denn da so gezackt? Also ich hatte mal dieses Ultimate Digimon Das war so ein Battle Ultimate Da konnte man sich sowas quasi aussuchen Ich kenn das noch nie da Ich weiß jetzt nicht was das ist Da musstest du die Viecher leveln und so So hast du früher so Das ältere auf PS1 Ja, da musstest du so leveln und so Ja, das hab ich sogar nicht Ich hab sogar die PS1 noch Aber auf der PS1 gab es auch mal sowas Wo man sich so Kampf-Chargers und so sollte Weil da konnte man sich dann auswählen So zwischen irgendwelchen Digimons Die Anfangslevel sind Oder irgendwelche High-Gee-Level sind da auch speziell Die man freischalten konnte Die waren halt da ein Ultimate Konnten sich nicht digitieren dafür Aber da konnte man sich dann digitieren unter dem Kampf Und dann richtig fetzen Nach und nach Also richtig, richtig cool Also das hat richtig Spaß gemacht Aber ich weiß nicht mehr, wo ich das Spiel her hatte Also ich hab's auch nicht mehr Aber das hat richtig fun gemacht Also das ist halt gesuchtet Früher Ja, ich würd gerne mal wissen, wo wir unser Häuslein bauen wollen Ich seh dich Ich seh dich Ich seh dich Ich seh dich nicht Aha, ich seh deinen Namen Sag nicht, wo er ist Ich seh ihn nämlich Nicht Doch Okay, jetzt seh ich seinen Namen nicht mehr Ich bin extra in Sneak Mode Sneak Mode Dann sieht er mich nicht Weil wenn man sneakt, ist die Schrift weg Ich seh ihn wieder Hallo Okay, ich geh wieder ohne Sneak Oh, ich bin am Ende der Höhle angekommen Ich komm wieder raus Wie ist es eigentlich draußen? Dunkel? Ja Oh nö Ich hab nur ein Holzschwert Okay, wir können Stein machen, aber Holzschwert Junge Wo bist du denn du jetzt? Bin ich mal wieder blind oder so, oder seh ich dich einfach gar nicht? Jetzt müsstest du mich gleich sehen Ich geh einfach ganz hoch auf die Einbau Bist du im Dschungel? Ja Warte, die Höhle ging so... Komm mal zum Fluss Da wo wir am Anfang waren Mhm Okay Okay Willst du eine Banane? Dann muss ich die Fähne im Mund Oh, ich sag mal gar nicht Es gibt wirklich so Lied Ich hör das die ganze Zeit im Fernsehen schon Weil in dem und mir läuft der Fernseher Und dann kommt dann die ganze Zeit so Lied Willst du eine Banane? Ja, ja Das ist aber geil Ich glaube Das ist leicht zweideutig Willst du eine Banane? Dann nimm sie einfach im Mund Kommt das nicht komisch rüber? Ich find das epic Vor allem wenn du so Mach schon, du nimmst so auf Gerade im Let's Play auf Einmal hörst du nur so im Hintergrund Willst du eine Banane? Dann nimm sie ihn im Mund Oh mein Gott, ich seh ihn Oh mein Gott Ich kaufe Ach, ich erscheine Aber ganz langsam Ich liebe es zärtlich und Okay 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 Hello Slow motion Ich trag hier grad die Büschel ab und die Holz Das sind normale Hölzer Jetzt brauchen wir nämlich dann noch Weiße Weil da haben wir eigentlich alles Äpplinge Virassistisch Ja Ja, ich weiß, du bist schlapp. Der Sack muss auch rasieren werden, Junge. Hygiene. Hygiene. Warum schlägst du mich, ey? Ach ja, man schlägt ja keine Frau. Ich bin weiblich, ich hab Vorteile. Tittenbonus. Das auch. Tittenbonus. Weil in Minecraft auch so viele Titten zu sehen sind. Ja, aber das ist so glatt. So glatt? So, hast du Dschungel-Säpplinge? Äh, du meinst das hier? Ja, super. Dann haben wir die auch. Dann brauchen wir nur noch die weißen Säpplinge. Haben wir dann alle Hölzer? Äh, da hast du Same. Ne, ne, ich rede vom Holzarten. Ja, ja, ich kann die gleich suchen gehen, bloß mein Leben. Du willst du dich aufbauen? Willst du im Dschungel aufbauen? Willst du in der Wüste aufbauen? Willst du in Schnee aufbauen? Mal sucht du doch mal aus. Wo willst du aufbauen? Ich will... Halt, stopp! Du. Nein. Ich suche immer aus. Ich lass den Gast aussuchen. Ich will immer die Gäste aussuchen lassen. Und am liebsten die Abonnenten, was wir machen sollen. Aber die schreiben keine Kommentare. Die sind faul. Ja, okay. Die wollen auch ne Banane. Die wollen auch ne Banane. Willst du eine Banane? Dann nimm sie in den Mund. Ich find das nicht cool. Ich glaub, das hol ich... Ich glaub, das download ich. Ich will jetzt... Dann und machst du ein Dicore. Willst du eine? Sollen wir ne Wüste nehmen, weil da haben wir viel Platz? Aber ist auch kacke, oder? Ich will dich da so baut. Da fällt alles zusammen. Hilfe. Rette mich. Rette mich. Danke. So, wo willst du jetzt hin? Und ihr solltet's beinen. Es ist dunkel und es ist spawn-monster. Ich ess mal wieder nen goldenen Apfel. Ich hab keine mehr. Ich hab noch einen gehabt. Okay, rennen wir da hin, wo der Creeper ist. Folg mir. Geh, wer aus der Sonne? Ja, was ist der bei mir explodiert? What the fuck? Wie viel Creeper? Junge. Junge. Du hast einen Freund. Der ist voll zärtlich, Alter. Der ist zärtlich mit dir. Drauf da! Au! Wir haben Sand! Au, die Hähne. Alter, der war ja voll zärtlich zu dir. Ich weiß. Da sind Zombie-Pickmen. Aua, schlag mich, du bist es. Dann ist mies, dass man hier sich... Da, Spinnen! Deine Faden sind ganz nah! Äh, ja, hört sich auch zweideutig an. Aua, wie viel Monster! Junge, gib dir die Party da! Hey, Jungs! Ich will mitmachen! Oder, oder nein, doch nicht Creeper. Lass den Creeper... Ja, dann fliegen die anderen hin und los. Okay, let's go! Boom! Hat doch voll gut funktioniert! Ich hab sogar Schwarzpulver für neues TNT zum Bequipts sprengen, damit wir neu anfangen können. Weißt du, Folge 10? Wir fangen nur neu an! Boom! Hast du einen Faden bekommen? Nö. Creeper! Oh, Junge, der Creeper sieht aber sexy aus. Sexy, ja. Bei mir sieht die voll sexy aus, Alter. Nein! Der hat Eisen verloren! Junge! So ein reicher Zombie! Was hat er verloren? Der Zombie hat Eisen verloren! Eine Eisenbahn! Voll reich! Ich hab' Eichel vollstatt'n! Der Zombie war reich, Alter! Also der Eisen... Äh... So voll auf Big Boss! Ey, ich spinn für Angel! Ah! Drei spinn auf mich! Junge, wie sieht deine AP aus? Oh, Junge, ich hab' noch ein Herz! Ich auch! Ich bin tot! Ich bin tot! Ich bin tot! Junge, ich leb' noch! Hilf mir! Hilfe! Oh, Junge! Junge, ich leb' noch! Lauf weg! Und... Ah! Das Skelett! Grab' dich ein, Junge! Grab' dich ein, Grab' dich ein, Grab' dich ein, Grab' dich ein! Wir machen ein Partnerloch! Okay, zu Bon, zu Bon, zu Bon, zu Bon! Womit? Nein, die Zeit! Weg! Nein, ich bin tot! Oh, Scheiße! Junge! Ah! Ich nehm' noch! Ich hab' eine Keule und es ist ein halbes Herz! Ich komme! Geh' aus dem Weg, das Skelett! Hau! Ich werd' gepusht vom Skelett! Ich bin auf dem Weg! Ich bin auf den Weg! Was hattest du alles für'n Scheiß mit? Lass mein Zeug in Ruhe! Das ist cool! Gott, das ist eine Blume! Wie romantisch! Schnauze! Ich hab' hier Zeug! Boah, ich hab' mein Schwert wieder! Junge, jetzt gibt's aufs Maul-Skelett! Jetzt gibt's aufs Maul! Yes! Skelett's down! Du kannst wieder rauskommen! Äh! Auf! Da ist noch eins! Da ist noch eins! Warte! Geh' mal in dein Loch, da liegen Sachen von dir! Boah! Noch ein... Alle! Ach komm, fick dich! Hat er'n Kürbis auf! Jetzt leh'n's Gesicht, du! Okay, komm, komm! Hier kriegst du deinen Kürbis wieder! Da! Nein, nein, nein! Deine Sachen! Ja, ich hab' nicht mehr... Ist egal, die gehör'n doch uns beiden! Wir sollten jetzt mal ne Stelle suchen, wo wir leben, weil wir sind tot! Ich bin tot! Ich glaub, jetzt weiß ich für was die goldenen Äpfel waren, nämlich für gar nichts! Für ne Arsch! Die waren so, ha, ihr habt da was zu essen! Da haben wir so einen coolen Erfolg, weißt du, wir kriegen was zu essen, denken wir! Und dann so, ha, ihr habt ja gefickt! Ihr kriegt gar nichts! Oh man, sinnloser Text von dir gerade, Junge! Ich weiß, ich wollte irgendwas sagen! Ja, sag, dass du LOL spielst! Nee! Du spielst LOL! Nee! Sag's! Los, sag's! Nee! Sag's! 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 Leute, er spielt LOL! Er spielt LOL, wirklich! Ich hab' ihn dazu gebracht! Leute, er spielt LOL! Ey, wo bist du schon wieder hingefloht? Äh, ich bin über die Wüste grad ins normale Gebiet, weil ich hab' jetzt was gefunden, was gut ausschaut! Ich schau' mal, wie der Leben! Für die Blumentöpfe! Äh, und was ist mit Essen? Komm! Ja, hier irgendwo müssen doch mal Kühe oder Schweine sein! Und es wird Tag, Junge! Geil! Und meine Holzschwette ist vollgeburt! Meins noch nicht! Willst du meins haben? Ne Böbel! Ich will jetzt ne Stelle zum Bauen! Wo wollen wir uns aufbauen? Ne Angel wär' gut, ja! Also ich brauch' einen Faden! Hütchen! Hier ist ne Spinne! Hütchen! Ey, wir könnten Weizen abfarben hier! Guck doch mal! Hütchen! Junge, ich hab' Pünnchen! Hütchen! 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 Hosein, rote, rote, rote! Ich will rote, 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 rote! Irgendwie ist es so still, ich glaube, ich müsste mal eine Playlist anmachen bei mir! Ja, ist gerade echt ruhig bei mir! Ja, vielleicht mal nicht schlecht! Ich sammle mal auch ein paar Samen. Ist denn schon wieder Dschungel? Da hätten wir auch Dschungel, oder? Ja, wir sind umgeben von Dschungel und Wüste! Dann renne ich da hin! Dann lass doch einfach hier bauen, oder nicht? Wo bist du denn? Da, wo so freier Feld ist! Ja, toll! TP, dich mal, Junge! Nee, ich... Ohne Cheaten! Ohne Cheaten? Ja, ja, ja! Wir wollten doch nicht Cheaten! Äh, aber TP ist okay, wenn man verreckt ist, weil sonst findet man nicht mehr zueinander! Äh... Da ist noch Hütchen! Ich kille jetzt Hütchen! On Mars, weil dann kann ich endlich essen mal! Wo bist du jetzt? Ich hab schon wieder Hunger! Ich sammle doch Hütchen! Hütchen hat mir Hunger gegeben! Hütchen gibt Hunger, Alter! Frohes Hütchen gibt Hunger! Voll nice! Also, rohes Hütchen kannst du futtern! Äh, ja, aber dann kannst du auch Hunger bekommen von rohen Hütchen wie bei Zombiefleisch! Also, du könntest genauso gut Zombiefleisch fressen! Haha, okay! So, ich hab aber... Ich stöte gerade einfach nur Hüner, weil... Sonst verreck ich dir gleich hier! Ja, geht mir genauso! Ich kille einfach Hüner gerade! Ich hab ein halbes Herz, ja! Ich hab, äh... Ein Herz bisher verloren! Gleich in Verrückten! Ja, ja, aber... Hast du auch Glück gehabt, dass ich dich voll geschützt hab hier, ja? Ja! Finde ich auch voll nett! Wo bist du? Okay, jetzt... Apfel! Ich hab einen Apfel! Krass! Apfel, Junge! Ich bin reich! Ich bin reich! Du bist reich an Äpfel! Mit einem! So, jetzt hab ich keinen Hunger mehr! Bin der Beste! Okay, jetzt hab ich wieder Hunger! Okay, ich hab 16 Hähnchen, ja! Ich hab drei Schafe gekillt, damit ich drei Wolle habe! Ist doch echt! Ich hab ein Tempel gefunden! Alter, wo bist du denn schon wieder, Junge? Wir müssten mal irgendwie eine Stelle finden, zu bauen! Wir laufen hier nur rum, um irgendwas zu machen! Ich geh mal in den Tempel rein! Hm, wie uncool! Ohne mich! Doch, ich bin ja mitgekommen! Ja, Tepedi!